Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Monster Hunter 3, ultimate mit dem lieben Dave. Hallo, ja, hallo, ja, hallo, genau, wir widmen uns heute einem weiteren Monster auf dem Weg zu die Emeralds, nein, zur nächsten Urgent, und ja, das ist diesmal der Zorn des Vulkans, ein Uragan im Vulkan bei Targ, erteilt von dem vernarbten Jäger. So, er wartet hier. So, Kaltgetränk hast du dabei, ja, gut, Schockfalle, Tranks, alles bereit. Kannst du vielleicht aufmachen, wegen Legs und so? Ach so, ja. Ist auf der letzten Seite ganz unten. Nein, okay, so, dann seht ihr die gerade auch noch, äh, ja, hey, irgendwie labert die mich hier total zu, egal, auf der Zorn des Vulkans, er jäge einen Uragan. Ja, warum nicht? Ja, warum schon? Nein, los geht's, so. So, ich bin ready. Und wer so's sagt, hat noch lange nichts gemacht. So, jetzt gucken wir halt, äh, ja, ich schaue schon, ob ich alles dabei habe. Ja, es sollte klappen, Uragan ist von uns beiden jetzt nicht unbedingt das Favorite-Monster, aber ich denke, wir sollten ihn trotzdem einigermaßen gut schaffen. Ja, Uragan ist auch ziemlich anfällig für das Schleimelement. Eben drum habe ich mich dagegen entschieden, hier mit meiner Brokydios Gunlands zu spielen. Er ist gleich bei mir, er ist gleich bei mir. Ja, ich wollte gerade auch sagen, er ist ja halb so wild, ich bin ja dabei, he. Ja, eben, und ich denke, mit zwei wäre das Vieh einfach viel zu schnell down. Und fürs Let's Play wollen wir auch ein bisschen die Moves und so weiter zeigen. Natürlich. Genau. Vor allem jetzt hier gerade zum zehnten Mal Uragan. Du, ich glaube, die Leute haben die Moves einfach nur nicht intus. Wir müssen noch 20 Uragans machen. Ich glaube auch, und zwar mit den Anfängerwaffen auf den Schieber. Ja, natürlich. So, ich sehe schon, der tummelt sich am Eingang drum, nehme ich lieber hier gleich mein Kaltgetränk zu mir. Bevor mich der Nutz, der Gute. Ja, der Nutz, der Nutz mich hier gerade schon ein bisschen. Dann ist er schon. Ja, super, und weiß wie er so Kombi macht mit dem Reno Bloss, die mir gerade von auf die Eier gehen einfach. Scheiße, weiß ich bin halt schon halb tot, bis es losgeht. Ich seh's gern. Ja, weil hier alles voll ist mit so Reno Bloss und Blödsinn und Zeug. Das echte Teamplayer sollte ich jetzt natürlich erstmal mein Ding nehmen, das Lebenspulver. Aber das habe ich gerade jetzt nicht ausgerüstet und ich muss mich halt auch ein bisschen auf den Oregon konzentrieren. Hm, ich habe gar nichts dabei, weil ich keine mehr habe. Ich habe nur noch eins oder so. Widerlicher Gammler. Ja, ich muss da jetzt demnächst mal welche ein... Vertrauen der ganz auf deine Skills, dass du gar nichts brauchst. Ja, der Typ. Nein, weg! Ich glaube, den kann man nämlich nicht blocken, diesen Angriff hier, ohne Blocko, oder? Ja, nein, ich weiß es nicht. Den Ermüdungsanserfning kann man nicht blocken. Na, eben habe ich im Let's Play auch schon versucht. Ja, voll. Wie es seht hier wieder die Überrange in Trial Ultimate in... Third würde die ja ein bisschen genervt, oder? Wenn ich mich echt entzündet, war sie nicht so übel. Die Range von den Erdbeben. Ja, ja, stimmt. Das ist mir auch als erstes aufgefallen, als ich den hier in Trial Tee gemacht habe. Nehmen, dass das hier übel abgeht mit den Erdbeben. Das ist eine mega kranke Reichweite. Autsch, Hilfe. Ich will jetzt hier nicht falsch und wieder sterben, ne? Weißt du schon. Ja, ich muss jetzt... Ich muss jetzt nur Lebenspulver machen. Ich habe noch kein einziges Meins kombiniert im Spiel bisher. Du schuft. Sokayambe ist tot gerade, wo ich Cha-Cha aussenden wollte, um ihn Kamikaze-mäßig loszuschicken auf den Oregon. War wohl nix. Huch, dachte gerade, er kommt zu mir. Nur mal Glück gehabt. Das kann ich auch irgendwie noch nicht wirklich hervorsagen. Dass es irgendwie random ist, diese komischen Drehattacken, oder nicht? Ja, irgendwie weiß ich auch gerade gar nicht. Eben auch nicht, ob die random sind oder nicht. Keine Ahnung. Ach, dieser Gollum soll hier rauskommen. Das nervt voll. Boah, wie cool die Lava hat da gerade hochgespritzt. Das ist voll gut gemacht. Oder spritzt die immer hoch? Ich habe schon. Das Sack hat echt gut aus. It's HD. It's HD. Generell hier aber auch die Farben. Traumhaft. Ja, es ist wegen der Alcato-Hits. Ja, auch so. Auch so. Das ist sch... So. Ah, Rhinoploss. Jesus Christ. So, jetzt hier auf den Tail. Hier könnt ihr übrigens auch abbauen. Ich habe aber gerade keine... ...eine Spitzhacke dabei. So, ich glaube ich. Oh, das Rhinoploss kommt ja schon wieder. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein! Ja. Okay, ich bin der Liedbeweis, man kann es nicht blocken. Kolinus, schieß mich mal weg. Hilfe, Hilfe. Warte. Schieß! Schieß! So, ich bin der Liedbeweis. So, ich bin der Liedbeweis. Ich bin der Liedbeweis. Ich bin der Liedbeweis. Ja, ich bin der Liedbeweis. Ja, das ist echt so neufig. Ja, so. Dankeschön. Gut. Bieter, für dieses Rhinoploss. Nein! Ich bin der Liedbeweis. Aber das macht gar nichts bei dem Ziererl. Ja, ich weiß, weil ich der Vorkehr hat, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, die Möcheln, natürlich. das Delfargi hat mich mal wieder gerettet bei Delfargi ey seift Delfargi Delfargi ach nein was soll das denn immer diese blöden Lava da ja ich find's auch echt einfach unerhört so ein Frechdachs da krieg ich so einen Hals so einen Hals so von was ich nicht zeigen kann was ist denn los so im Hals schon den ersten Partys Tales gebraked ist ganz nice vielleicht schaffen wir ihn ja auch zu cutten nice so oh ich hab grad Kohle eine bessere Kohle bekommen und noch einen Drachenid ich hab noch nicht geschärft Video huch ich bin so schnell ich werd dir diesen Tales man schon noch mobsen keine Sache ja ja genau mit deiner Katze die gestiedelt dann von den Partnern Tales man stellst doch was vor man so nix so nix so wo man so die ganze Zeit so in der Stadt weiß ja eben oder auf der Quest kämpft man dann gegen das Monster und die Katze vom 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 das kann man blocken ja oder 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 auch nicht nein ich glaube nicht hey auf Lori konnte man das natürlich nein nein wirklich ich hab das im Dorf geblockt ich bin mir ganz sicher nein da ach ja was soll's vertrau mir ich bin Profi natürlich professionelles gameplay genau you've got it I got it I got it was denn a hangover I got it 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 oh scheiße gleich gehen wir hier sie ist kommen unser wunderschön Gesang einfach schön oh er macht den Rollangriff hier so schnell mich in Sicherheit bringt du cheatest voll mit diesem Laufangriff ich muss ja immer erst meine Waffe wegstecken huch so das sollte jetzt eigentlich hinterhin gelandet sein ich hab ich hab auch angerannt scheiße ausdauer leer nein meine ausdauer ist eh lecker eh leer du 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 das lustige ist ja ich hab heute ja den Gigi Nox Part nachbearbeitet und äh enkodiert hm und da haben wir ja auch von so Dings nein schon wieder ach den kann man tatsächlich blocken ja trau mir mal du wirst nur schlecht geblockt letztens weißt du es also keine zwei Minuten mehr letztens ne ja neuerlich bei diesem Gigi Nox Part den ich heute gecuttet hab haben wir auch irgendwie so über Dubstep und Quatsch geredet hm hab ich extra so ein cooles Dubstep äh Copyright Free Track eingefügt und so Übereffekte reinbearbeitet echt voll geil das freu ich dann auch idel ich esse halt nebenzu hier ein gebratenes Steak übrigens eine Ausdauer wie ich auch aufzufrischen ein echter nechtes Schleckerbau ihr müsst wissen Dave hat heute schon eine ganze Tafel Schokolade verputzt ja ja stimmt vorher als wir die Review bearbeitet haben die wahrscheinlich hier weißt du einfach jetzt schon seit vier Monaten online ist oder inzwischen schon gesperrt wieder oder man weiß es nicht ist voll witzig gesperrt wieder hochgeladen ohne Musik und Intro ja eben einfach komplett ohne Copyrighted Materials ach ja aber du hast recht die Brakydios hier geht echt übel ab gegen das Vieh ja ist auch super um den halt ständig um zu hauen und dann die Ding zu farmen diese Lava Steine denn die geben viele Mogapunkte ist echt nice ich bin gekommen ein Scheiß bist du entkommen die doch mit der Begründung hat einfach keine Stemmen nicht nicht aber klug mal so viel wichtiger ich weiß ich Spacke wie in dem Viech drin ich komme auch irgendwie nicht so schnell an den Teller Puh Pau Pau Chacho und Kayamba wieder auf die Jagd schicken nice komm den Teller cutten wir noch ach dieser Garsticke so Garsticke Garsticke ich bin der Komitee nein ich bin abgeprallt mit so einem komischten Insekt ja der Fuck ich muss gar erstmal neben überhaupt abprallen können ah ja 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 so was war das jetzt so Dankeschön jetzt hat's funktioniert you're welcome Gott bless you it's a pleasure to meet you we know that's what the girl said that's what she said das 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 so so cool unsere englischen Fans zu unterhalten genau die 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 sie wollten irgendwie nur deutsches gequatschen ach wir haben das Ding noch gar nicht geprägt zum Beispiel gleich nachholen nice gewalt die 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 das die die während dem wenn man rum die Stuttgart hat schon ordentlich rein ist Nürn Norte ich schaue und die andere ist wir hätten uns aber kürzeln ist längst um mich in die Fische stört und Belohnung einbüßen musste ich aber Bettler schon so dringend brau ja stimmt du hast ja kaum ein Knie ja eben ich bin ein richtiger Bettelbruder also ich will dir nichts sagen aber ich habe momentan 245.010 ja super dann kaufst du eine so eine Brakydios Waffe dann habe ich immer noch 200.010 nein lass du nicht nur noch 5 nein alter das wird ja so ungefähr die Serie des Todes bei den Ganzen vor Ort Domen wohl Hilfe 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 wenn ich schon wieder darum gehen das ist nicht mehr der Urhegan kommen die wird kommen sie doch zu dir für die Sprechstunde die Kulüge warum nicht gleich zu Moment war ein Buch ja Hilfe ich werde ja auch gerade voll in die Enge getrieben von diesem Bängel hier wenn überhaupt so Gerontologo Gerontologe was ist ein Gerontologin ich glaube so ein Wissenschaftler des Alters und Alterrens okay irgendwie so mein unser Schulleiter ist das so also von der Altenpflegeschule da hat er mich gut gut ja fast gut gut müssen ich werde mich jetzt trifft bin ich weg ich glaube ich habe sein die Lorten ein Job doch doch du hast das Kind geprüft als du wohl erholt wird oder zu sich tun treten herr und bitte hin der geht hier rein gedacht ich bin gerade auch was machte so hier schnell die Trap placen ähm neu an Try Ultimate ist ja unter anderem falls ihr es noch nicht gemerkt habt dass sich die Monster auch fortbewegen wenn ihr die Area wechselt das war ja in den vorherigen Teilen glaube ich nicht so wie sich auch fortbewegen wenn ihr die Area wechselt ja quasi wenn durch die oh hab ich eine Trank wegen dir verschwinden oh ähm also quasi wenn wenn du das Gebiet wechselst als Spieler dann bewegen sich die Monster noch mit kann man recht gut mitverfolgen wenn man sie gepaintet hat ich glaube das war in den Vorgängerteilen nicht so oder hä sind die dann einfach stehen geblieben oder was also haben sich quasi halt nicht weiter bewegt zumindest im Singleplayer war das so wenn ich mich recht erzinne hä wie nicht weiter ich weiß gar nicht was du meinst ja dass sie halt quasi in der gleichen Koordinatik geblieben sind echt wenn du rausgegangen bist aus dem Gebiet also wenn du halt das Gebiet gewechselt hast wenn du quasi im Ladescreen warst ach so ach so stimmt ja ich glaube das war so in den Vorgängern wenn ich mich täusche naja das kann schon stimmen ich hab's gerade noch nicht gecheckt was du meinst aber ja ich glaube auch hochgrüßtkugel plus Kappalit jetzt aber mein Beutel ist einfach so voll die letzte Zeit weiß ich gar nicht was ich ersetzen muss dein Beutel altes Amulett und ich konnte es nicht mitnehmen Kappal schrecklich vielleicht wäre es ja ein guter Tag ist ja sehr wichtig Schärfe plus fünf und Handwerk plus zehn bestellen Tülen genau der HB Rückenpanzerplan nichts besonders Wasserangriff plus sechs und Sammeln plus sechs nehme ich mal mit Sauerstoff plus fünf braucht man eigentlich nicht aber warum nicht und Urengangrösenupdate nice so es lädt so und jetzt müssten wir eigentlich Oja da will er mit uns sprechen guck guck ich trinke dein Erfolg ich trinke auf deinen Volk Ich trinke deine Fohle. Es ist eine neue dringende Quest für dich reingekommen. Das Ziel ist, ups, ein Elfenbeiler. Ja, Gruß. Das ist ein schwerer Barocken. Eroberer von Land und Meer. Wird er genannt. Ich nenne ihn Zerstückele von Armin mit und Beinen. Was? Armin und Beine. Seine Standangriffe sind schon stark genug. Aber nun, nach seinen Donnerangriffen, braucht man einen Dreh. Das ist ein gutes Drehgestediker, oder was? Nein, die Schrift ist nur so klein. Ich muss es nur so wie in Ziffern. Alles so voll falsch. Jedes zweite Wort falsch ausgesprochen oder voll gelesen. Es ist so Wurst einfach. Die Gilde muss denken, dass du ein Superheld bist, wenn sie dir diese Bestie zumutet. Glückwunsch. Schreib heute dein Expertenjäger-Tagebuch. Wenn die Gilde es dir zutraut, solltest du nicht zweifeln. Ja. Herrschau, Zweierreiche. Ja, gerne Elfenbeiler. Ja, das machen wir als nächstes Mal, liebe Freunde. Hier in Monster & Troll Ultimate. Bis dahin, tschüss und tschüss. Tschüss. Tschüss.